Coming out ist er jetzt in. Unterhalten sich zwei Künstler und sagt, der eine ist bei uns genauso. Guck mal, mein Vater hält viel von Männern, mein Schwager hält viel von Männern, mein Bruder hält viel von Männern, sagt der andere. Sag mal, ist denn in eurer Familie überhaupt gar keiner scharfe Frau? Und sagt er, doch, meine Schwester.